Leute, welcome back! Das sieht nicht so gut aus, wenn ich lasse. Das ist aber jemand vergiftet. Oh, ich hab dir aber ordentlichen Dimmike zugefügt. Einen ordentlichen Damage, Leute. Alter, du machst voll die lauten Schüsse, Mann. Oh, yeah. Da ist aber jemand vergiftet. Ja, okay. Stark, okay. Orange hat die Runde gewonnen und wir holen uns jetzt erstmal... Oh Junge, das hier könnte auf jeden Fall ein bisschen nervig werden. Naja, naja, aber es ist ganz... Was ist Dazzle? Alter, Dazzle ist Bullet Stunned upon multiple times. Es gibt neue Skills, Mann. Dazzle ist aber nicht so nice. Nee, 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 Dazzle hatten wir schon. Echt? Hatten wir schon. Ich würde sogar sagen, das da. Na dann, komm mal her. Loll, ich bin einfach durch das Gift, durch das Gift einfach gestorben. Das Gift ist richtig gemein, hä? Kannst du vielleicht sagen, was das für ein Gift ist nebenbei? Ähm, Dönergift. Dönergift? Echtes Dönergift? Oh Mann! Junge, ich kann halt nichts machen. Ich kann halt nichts machen. Okay, alles klar. Ja. Die hat sich einfach gerade in den Boden reingestampft, Mann. Oh, yeah. Oh, was? So'n Ding ist das. Hä? Was hast du denn da? Burst. Burst. Hä? Hast du auch Cheat-Mode an, oder was? Nee. Oh. Nein! Oh Mann! Ciao! Es ist so ätzend manchmal. Du kämpfst gegen die brutalste Katze in diesem Spiel. Wahrscheinlich auch die einzige Katze. Oh mein Gott! Was war das? Alter, ich hab dich gegen die Decke geschossen. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Okay. Oh, das ist cool. Okay. Hast du schon Bugshot? Ja, ja. Das ist... Bugshot hab ich nicht, glaub ich. Bouncey mit rein. Soll ich mal Bouncey mit rein nehmen? Das wird richtig stressig. Okay, das ist schon sehr, sehr ätzend. Oh Gott. Okay, okay, okay. Relax, relax. Okay, okay, okay. Okay, check this. Alter, ich bin einfach in den Tod gesprungen, Junge. Bist einfach von der Leiter runtergefallen. Ganz ruhig bleiben. Du musst aufpassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, 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 okay. Das Gift ist nervig, oder? Ja, das Gift ist halt sau OP. Giftattacke! 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 Au! Alter, was? Mit einem Schuss? Giftattacke! Giftattacke! Oh oh. Das macht so keinen Sinn. Ich schwör's dir. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Dann kannst du dich heilen. Mit blocken. Wenn du blockst, kannst du heilen. Übrigens Lars, wir können auch blocken. Mit rechts klicken. Wenn du also angegriffen wirst von mir, kannst du den Angriff auch weglocken. Ich sterbe jetzt. Ich sterbe. Ich kann nichts machen. Du wirst mein Gift noch spüren. Ah! Oh! Komm her Lars! Jemand Bock auf eine... Oh mein... Was? Okay Lars, dann war's das jetzt also. Aber jetzt werde ich nämlich Burst mit dazu nehmen. Okay krass, ja. Dann bin ich instant tot. So. Tschüssi! Tschüssi! Ja, Achtung und tot. Alter! Päusen ist ja richtig OP. Guck, den musst du eigentlich machen. Wenn ich getroffen werde, probiere ich das mal aus. Relax mal. Ah ja guck, so kannst du das gegen blockieren. Ja. Hat einfach zu viel Zeit gedauert. Komm, lass doch mal rematchen. Rematch! Static blocking rates a field that slows us up. Und deal damage. Okay. Static field oder glass cannon. Ich nehme die glass cannon. Die hatten wir glaube ich noch nicht, oder? Wieso guckst du denn nicht, was du noch hast? Äh, weiß ich nicht. Weil ich darauf richtig Bock hatte. Hm. Homecoming. Oh, so homing. Dass die dich so verfolgen, ist richtig mies. Ja, komm, machen wir einfach mal. Was? Was? Okay. Aber das ist als ersten Skill auch so OP, Mann. Hilfe! Hilfe! Ja, komm mal her. Was? Ja, ich habe so dicke Patronen, wenn ich dich da einmal mit treffe. Alter, was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Junge, heftig. Spongebob Damage. Das ist neu. Das ist echt neu, Mann. Das sieht mega nice aus. Nimm Saw, nimm Saw. Yo, ich glaube das kommt, wenn du blockst, oder? Oh! Alter! Was war das denn? Eio, was? Okay. Nein! Du musst halt so wegrennen davor. Aua. Oha, was? Ich bin aber auch einfach reingelaufen in die Säge. Okay, Buddhist-Sans-Opponent multiple times. Taste of blood. Ah, time to shield charge. Ja, das sieht gut aus. Ja, das nehme ich. Shield charge sieht wirklich gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh nö. Okay, krass. Das war so knapp. Oh, da bin ich gerade noch weggekommen. Alter, diese Säge ist so gefährlich. Oh nein! Oh. Oh nein! Zum Glück kann ich um die Ecken schießen, ich schwör. Das ist so eine fiese Karte hierfür. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, ich bin runtergefallen. Huh, 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 huh. Okay, zack, was du drauf hast. Chilling Percents. Yo. Ey, das könnte vielleicht sogar in der Kombination mit dem Säge sogar nicht schlecht sein. Oder Explosive Bullet. Weil wenn du nämlich Chilling Prescents hast, dann würdest du mich nämlich slown und gleichzeitig hättest du diese Säge. Probieren wir es mal aus. Also, keine Ahnung. Dafür musst du aber erstmal in meine Nähe kommen. Ja. Lol. Ja, Digga. Wirklich. Also, real talk. Diese wackeligen Maps sind halt so. Ei, yo, yo. Ei, 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 ei. Oh. Ah! Yo, das ist voll gemein mit dem Einfrieren, Mann. Chill. Oha. Huh. Nein. Ich hab mich selbst getroffen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh nein. Einfach so in den Tod stürzen. Ist das mies, Mann. Ah. Quick Shot. Dazzle. Ich glaub jetzt, ich brauch erstmal einen lässigen Dazzle gegen dich. Na, 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 na. Weil du nämlich... Aha. Oh, 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 oh. Oh. Zum Glück ging der um die Ecke, Mann. Alter, der soll schon nicht schlecht sein. Oh. Hör, das Ding. Nein, 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 nein. Junge, die Kettensäge. Eie. Eie. Junge, die Kettensäge. Quick Reload. Drill Amor. Drill Amor. Äh, Drill Amor. Mach mal Drill Amor. Das geht einfach durch Wände durch. Das ist neu. Das ist so nice. Oh, ja. Oh, baby, yes. Oh, mein Gott, Junge. Du bist am Arsch, Lars. Oh, nein. Ich krieg dich auch nur, wenn ich alles aktiviere, ey. Oh. Ich hab mich selber getroffen. Junge. Uh. Oh, mein Gott, ist das OP. Das ist so nice, Junge. Das ist so nice durch die Wand. Das ist so cool. Oh, mein Gott. Ich bin wieder da. Nein. Weg. Dieses Mal nicht. Dieses Mal machst du das nicht mit mir, Mann. Junge. Angeblich. Nein. Angeblich ist das so OP, Junge. Du machst halt wirklich One-Shot. Jawohl. Niemals, Mann. Das ist so unfair, Mann. Oh, Mann. Das ist unfair. Du kannst durch Wände schießen. Junge, ist doch logisch, dass ich mir zwei Leben hole. Wo soll ich mich denn verstecken vor dir? Das ist ja gar nicht möglich. Unfair, sagt er. Unfair. So, ich mach auch Target-Bounce. Junge, das Target-Bounce ist wirklich so unfair. Oh, mein Gott. Das ist wirklich, wirklich, wirklich unfair, Junge. Das fliegt jetzt so unkontrolliert durch den Boden die ganze Zeit, Mann. Oh, nee. Komm schon. Oh. Lars, hör auf. Junge. Jawohl. Ja, ich bin durch die Decke. Oh, du bist durch die Decke. Crazy. Boah, das wird hier zu krass gerade. Du kannst durch Wände schießen. Ich bitte dich. Ja. Du hast eine Säge um deinen Körper herum. Ich bitte dich. Oh, ich komm einfach wieder. Oh, ja. Boah, das ist, das nimmt hier Ausmaße an, ey. Oh, kacke. Oh, mein Gott. Ich komm wieder. Was? Du bist runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Okay. Das war's, Leute. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.